Das Ding will ich. Das Ding. Und auf geht's. Ah, schon wieder eine Klinge verloren. Ich frage mich, worin Sie dieses Mal stellen. Na, probierst du die Tornts aus? Nur ein bisschen. Hast du ja auch gerade einen Tornt gespammt? Meinst du den? Ja, pass auf, wenn du damit grüßen tust. Oh, das war so klein. Kann ich jetzt schon kotzen? Du weißt, dass mit den Ranken kannst du dann über diese Knospen drüber. Ich glaub, so rum lief das. Ne, deine komische Rankenfähigkeit über die Knospe verwenden. Oder so, oder so rum. Ich denke, dass du die Last Sits machen solltest. Ehrlich? Ups. Das kommt noch ein bisschen schwierig. Oh, sorry, my bad. Klaut ihr mir einfach das Kanon medieren? Alter, es liegen hier so viele Sprossen rum. Ich glaub, wir pushen die so ein bisschen, kann das sein? Boah, die könnten wir noch härter pushen. Nicht übertreiben, ne? Ne, ich meinte, wenn all deine Pflänzchen immer halt mal so raus sind. Hahaha. Das ist so, Sharko kann runterkommen. Okay. Wenn du dich nicht gerade unsichtbar machst, sollte man ihn da sehen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Uff. Ja, lass mal zurück. Ja, ich hätte nicht vor, zu sterben. wäre schön ohne momente ohne momente ohne momente worauf sollte ich jetzt gehen hat jetzt schon den schuss oder sind diese scheiß item updaten und dann auf die schuhe jawohl so und die jubi ist aber mutig einfach alleine hier unten da 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn das Mana verschätzt? Nein, 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 nein. Okay. Ja, da geh ich auch schon wieder zurück. Ich meine, wir verliehen ja theoretisch nicht wirklich was, ne? Äh, außer Farm? Ja, nicht wirklich. Das geht schon klar. Okay, Tiamat fertig. Komm, 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 komm. Okay. Soll ich drauf. Hm, alles gut. Das dürfte, glaube ich, noch nicht reichen, um sie zu töten. Mit VR, QR und den Ignite. Schaden die Klinge eigentlich jedem, der den Zugradius davon ist? Meine Pflanzen? Nee, nicht deine Pflanzen, bei Talon von der Ulti. Nee, auf den Gegner, den du springst. Also nur den machen die Schaden. Hm? Wo geht er bloß raus? Wäre ich gerne rausgegangen, nur als ich rausgehen wollte, hieß es, hieß es auf einmal, ich bin gestunt. Los, Echo, los, Echo. Sein Ernst? Ja, gegen Super Support, Yumi machte halt kaum was. Ja. Nein, nein, nein. Jetzt würde ich sie auch tausend mal weniger jetzt finden. So, damit die Jinx nicht soo, damit ihr alles nicht ganz über den Kopf steht. So, dann kann ich jetzt ja auf das Bild erst mal arbeiten. Ja, das ist nur Meeresdrache, das ist gut. Egal, Drache ist Drache. Krass. 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 Krass, nicht. Krass. Krass. Glückwünsche. istics, Ría, Sistema, dogviart. Krass, ich teste прош empathisch. Das war Bullshit war das. Würde ich in der Tat auch so sehen? Boah, echt jetzt? Das darf nicht wahr sein. Ich mein, ich find Zyra irgendwo schon ziemlich witzig so, ne, aber... 9,5 Sekunden zur Kuh. Ja, dann frag dich mal, wie ich mich fühle, wenn, äh, mit Yi immer noch so ganz kurz vor knapp da bin. Ja. 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 Das war's. Alter, ey. Na, die wollte ich da noch hinsetzen. Äh, Jinx 4.2, Juni 3.0, boah, ich kotze. Natürlich wurde unser Turm zerstört. Nach 16 Minuten. Ich hätte nicht Talon picken sollen. Talon geht halt schon. Es hat nur ein bisschen... Nicht, wenn jetzt das zweite Spiel mit ihm erst ist. Hm, jo. Ja, jetzt darüber, jetzt nicht darüber. Ich weiß schon, die kommt von oben. Ja. 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 Die muss halt nichts machen, aber auch wirklich gar nichts. Yep. Und die kommen von oben. Mein Freund, wo sollen die auch sonst kommen? Überraschungs-Engage kriegt man die jetzt auch nicht weg. Das bringt uns vor allem nichts, aber... Moment, Jinx heißt ohne Yumi? Das ist ein Trapp. Das ist ein Trapp. Das ist ein Trapp. Das ist ein Trapp. Oh, kann der mir jetzt mal erklären, warum das Spiel jetzt nicht so zwischen... 43 und 23 Frames immer bewegen will? Keine Ahnung, ich lieg bei 81. Ey, diese Schrottmühle vom PC. Ey, wir haben den Turm kaputt gemacht. Ne, jetzt würde ich... Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht die Krabbe holen? Wenn die nicht schon gemacht wurde, können wir ja mal schauen. Wir müssen halt ein bisschen Farm irgendwie sammeln, so ne? Wir müssen halt ein bisschen... 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 ist das die möglichkeit der setzte uns noch mal das spiel zurück eher schwierig also momentan tut er schon ziemlich hart reinhauen jetzt sollten wir den andern mal helfen na wo oder er tat speedpushen ja oh ja schauen wir mal in der mitte wieder rein so unser set ist jetzt 13 2 du solltest dringend in die base zurück ich laufe in alles rein dass man reinlaufen kann boah das hat gerade eine volle weggebombt mm-hmm okay so 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 Das ist schon wieder in Kappels. Das war Schwein, würde ich sagen. Alter, diese Stunnduration, ne? Mhm. Aber wenn du denkst, du hast doch nur einen Vega und Yobi, du jumpst rüber und siehst wie das ganze restliche Team wieder mit rüberkommt. Das ist dann doch ein wenig blöd gelaufen. Natürlich. 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 Oh boi. Mhm. Who knows? Okay. Okay.